Cosmo Sheldrake Konzert Hallo, also ich hab ja bisher nur gesagt Cosmo Sheldrake Konzert Ich bin in Köln mit meinen Homies August und Dean Wir schauen jetzt mal wann der Einlass ist 20 Uhr steht hier Einlass 19 Uhr Oh oh, wir sind zu spät glaube ich Wir sind wirklich zu spät, ja Ampeln auf der Straße sind die Ampeln in unseren Köpfen Was? Das Klischee des urbanen Lieferanten Er liefert die Pakete, die andere versanden In der Innenstadt von Köln mit dem Fahrrad Das ist peinlich, ich bin ja auch Ampeln auf der Straße sind die 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 Ampeln auf der Straße sind Was ist das denn? Wie gibst du hier 50 Cent erfüll wieder oder was? 1,50. Ist das gefallen von 1 bis 10? Wie viele Werte von dir? eine solide 8,5. Ja, bestimmt. Man muss noch ein bisschen Luft nach oben lassen. Wir wollen nicht übertreiben. Bester Abend ever! Häng over-Fazit würde ich sagen null. Also ich bereue nichts, was ich letztens getan oder nicht getan habe. Ich finde es gut, dass wir langsam erwachsen werden. Ja, es ist gezeichnet. Bis zum nächsten Mal.